Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Heads mit Armin Mal gucken wo sie sind Ah, die sind hier, ich hab sie Wo sind sie? Zweiter Stock War ich ja ganz nah dran Guten Tag die Herr Egal, wir wissen jetzt wo sie sind Sie haben sich auch gleich eingemauert Also vielleicht, zumindest drei sind drin Im Raum Schade, wir hatten mal ne Fuse mitnehmen können Was war? Wir hatten vielleicht ne Fuse mitnehmen können sollen Ah, eigentlich wäre das ja nicht so schlecht gewesen Egal Guten Tag Ich geh unserem Termite hinterher Ah, ich geh ihr mal hinterher Naja, hier will ich nicht sein Hey, da sind wir auch wieder beieinander Tommi Warum macht sie denn auf, wenn ich da gerade reinspringe? Ich zieh da einfach mal durch Achtung Wollen wir versuchen hier durch die Tür zu gehen Armin? Warte, ich komm mit ner Drohne gerade rein gefahren Und decke ich euch oder ich versuch's zumindest Jo, ich hab ihn noch erwischt Dahinter der Wand ist er Jetzt hätte ich gerne was zu durchbringen ey Naja, es ist genau hier Ich seh den Bio-Container, alles Wir sind so assig, ich guck mal rumlaufen Oh, Entschuldigung Ich hab' mir erschrocken ey Okay, er ist ab ne Ecke Er ist hier Feuerschutz, lade nach Ich hab ne ENP-Granate geworfen Wenn wir ihn entfangen, dann könnt ihr ja durch die Sicherung des Behälters beenden Mann, warum treff ich denn nicht? Er liegt auf dem Boden Direkt vor mir, hier Schieß erst ihn ab Und jetzt hebe mich bitte auf Danke Nice GG Das, was ich am Anfang sagte, die Wand sollte aufmachen Schade Gut, dass er da um ne Ecke steht Und dass er liegt Ja, klar Hat ja nicht um so nen Skype, war So Mute Hab ich ja nie mobilen Ach nee, ich hab keinen Bock auf mobilen Schild Ich find schon lustig Offensiv Granaten zu schmeißen Um Gegner aus sicheren Positionen rauszuziehen Ja Das stört meistens halt Schütze reinzulaufen Ah, der hat vorhin auch gut wie ein Judy Club Den Raum sichern So Und den kann man eigentlich auch ganz gut Verteidigen Oh, die Einde ist aber voll abgegangen, ey Hier hat er jetzt mal ordentlich Druck gemacht Oh, ich glaub wir haben Twitch als Feind Das ist wieder so ein ekelhafter Serverraum, ey Aber der lässt sich auch gut verteidigen Find ich Irgendwo ist hier ne Drohne Ah, die haben das Ziel aber nicht direkt gefunden Also ist ja auch gut So Und jetzt kann ich mir auch mal meine Weste nehmen Ich geh hier links neben dir Ja, hab ich gesehen Ich chill mal hier drücken Oben wird er angeschossen Oben ist er tot Ich höre, dass sie hier in die Wand irgendwo einbrechen Also irgendeine Wand haben sie eingriffen Eine Tür So eine Holztür Kann ich leider nicht aussehen Da war eine Blendgranate geworfen worden In der Nähe von mir Ich bin auch bei dir in der Nähe Na ja, rechts ist Tommi Deswegen vermute ich nicht Ja, aber der eine von dem kam Und die andere Seite haben wir dicht gemacht Bei mir in der Nähe ist die scheiß Tritsch Drohne Also hinter uns ist jemand gestorben Genau hier hinter Scheiße, die können dann glaube ich gleich in den Raum Scheiße Ach, hier ist diese scheiß Elektrohne Ich hab sie nicht gesehen Scheiße Was? Was? Das hab ich nicht gehört Was? Die wollen hier die Wand aufmachen Raus und rumlaufen Tritsch ist irgendwo vermute ich weiter oben Jo, der ist oben auf der Treppe Oh! Leute, Tommi, ey Da oben ist er Ah, Scheiße Fuck, Mann Ich hätte nicht so offensiv sein sollen Oh, ärgere ich mich jetzt, Alter Ich hätte einfach defensiv in dem Scheißraum bleiben sollen Ich war so auf Brast, Alter Aber dann als man den Schild gesehen hat Wusste man schon, wie das Ergebnis aussehen würde Ja, genau Vor allen Dingen, er hatte die bessere Position Er war viel besser geschützt Er war ja komplett geschützt Du, völlig offen Ah, fuck Ich nehm wieder Thatcher Er hat's ja ordentlich rausgeholt Bitter, bitter So, aber jetzt wieder mit Termite Können wir durch die Wand Safe Na, die Offensive war echt ganz geil Ah, 1-1 Läuft doch bisher Okay, die sind oben Ich hab Ja Ja, der 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 ist der gleiche Raum, wie beim ersten Mal Ja, ist der gleiche Raum sogar Ja, ich hab die Stelle gefunden Ah, schade Ich wollte mir noch Verpieseln Noch 10 Sekunden Einsatz in 5 Sekunden Ah, willst du da reingehen? Weiter zum Kino-Gefahrgutbehälter Und diesen sicher Da wird Lomma gleiche Ich hab's ja vergessen Da sind schon wieder diese Schatzgranaten dabei Ach, da oben ist die Granate Okay Äh, die Kamera Werde ich mir niemals merken Ja, bei der Map weiß ich auch noch nicht, wo die Camps sind Cameras Wollen wir mal wieder hoch hier Ja Ah, diesmal haben sie hier zugemacht Also Naja, stimmt Den hab ich schon vorhin gesehen Warte, ich kann doch schnell durchgucken Ob noch Also hier ist ein elektronisches Gerät Schüsstimeter Kannst du mal Äh, mit der Drohne Die herkommen Hinter der Tür gucken, ob der jemand ist Mit der Drohne rin Okay, denn Ja, da Ah, ich hab hier Komm Hä? Ah, gut Äh Hä, wo ist meine Drohne hin? Bist du in der Wand? Jo, ich bin Ich bin drin Nein Aber die stehen da alle hinter Ich kann dir leider nicht sagen, wo genau Äh, ich wollte eigentlich wissen Ob Er sprengt die Wand auf? Ja Bitte bevor ich Futter erst durch Ey, ich wollte sie nicht aussprengen Doch Ich wurde entdeckt Hups Achso, sie hält das Fenster da in Deckung Okay Machen wir das hier einfach mal auf Oh Wurde es angeschossen? Ja, ne Ich wurde nicht angeschossen Aber auf mich wurde geschossen Was, Alter Ich wollte nicht runterspringen Ich wollte klettern Lampen Ich hab nichts gesehen Aber ich hab hier ein Handy gedrückt Ihm, ihr Das Ich bin erschrocken Ah, da ist ja Da ist ja die Wand offen Boah Der übers Spät reagiert Ah, Hilfe Scheiße Nix da Machen Abgang Ah, und ihm noch ein Handy gegeben Ich brauch Hilfe Ich lieg hier einfach nur rum Alles ok Please Ich kann nicht zu dir rüber Ich steh direkt Ja, andere Seite Nein, scheiße Ok, der steht da Bisschen daneben schon Aber ich hab einen noch mitgenommen Ich hoffe nicht Jetzt kommen die gleich schon weg Sind da noch zwei, oder? Ne, ist nur noch einer Der steht direkt hinter dem Mobilen Schild Ist noch Fran Dan da Ne, leider nicht Also noch eins zu eins Ach, du stehst die da Sehr gut Ah, sehr schön Easy win Also easy im Sinne von Ich setze mich dahinter Und warte einfach ab Weil in dem Raum Wo er war Hat er nicht Das Äh Tappen verändert Nice So Na, ich bin nämlich hinten Denn die Treppe hochgelaufen Und dann hab ich die zwei Äh Dort gesehen Und hab erst den einen niedergeschossen Dann bin ich aber leider schon Zu weit nach links gelaufen Dann hat der andere meine Rübe gesehen Hm, was soll ich nehmen? Ich wollte jetzt sagen, wir haben ja alles sonst Ja, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen Wir müssen den Bio-Gefahrgut bilden Ah, wieder Server rum Ja Die Wand ist verstärkt Also heute läuft Hätt ich mal die Runden da vorne aufgenommen Ey, scheiße Die liefen auch richtig gut Äh, scheiße Wir müssen hier nichts Das ist ja super bad Ein bisschen Stacheldraht hab ich noch Wo soll ich hin? Mach doch hier die vor die Tür Direkt da In die Tür Äh, sie brechen wieder irgendwo durch Na, vorne Vordereingang war das, glaub ich Klang zumindest nach rechts Oh, fuck Die sind da Na, damit hab ich nicht gerechnet Also Ich hab gedacht Die sind vorne wirklich rein Und nicht da an der Seitenfenster Ja gut Das war meine letzte Runde, würde ich mal sagen Außer ihr gewinnt jetzt nicht Aber ich glaube schon, dass ihr das rockt Mal schauen Die Kamera siehst du nicht, lieber Blackbeard Nicht Muss ich kurz machen Ich wurde ja von der Drohne erwischt Na, Pech Team Camp wird gewinnen, würde ich mal sagen Die können da durch die Wand durchschießen Naja, das machen sie auch Und die schießen da sogar schon meine Dings weg Äh, die von Mute Ich bin ja gar kein Mute GMP-Granate kam Rechts von dir rein, müsste das sein Okay, sie drängen hier durch Werf keine Granaten im Moment Ich glaub nicht, dass sie jetzt da so nahe stehen Der andere Der eine ist verletzt von uns Jojojo Er ist hingegangen Der ist an der Vordertür Da wird aber definitiv ein Feind sein Scheiß, dass jemand mit dem Schild Oh fuck Rechts von dir Oh, da war die Sniper Ich hab's gesehen Ne, scheiß, es war der rechts von mir, war? Naja, ich glaube schon Ja, es war der Ah, der Der Ende lebt wieder, sehr schön Ähm Feuer Oh, wie hat er denn die nicht treffen? Also, er war doch genau drauf Verstehe ich irgendwie nicht Na, scheiße Rechts, nehm ihn Naja Der hat den Heddy bekommen Er hat in die Ecke guckt, ist echt so Leider auch ziemlich scheiße Ja, aber warum lassen die den denn nicht reinkommen? Das Ding ist, äh Naja, sie müssen halt rein Und er hätte einfach in der Ecke stehen können Ja Aber das denkt man irgendwie in dem Moment manchmal gar nicht so Ja, manchmal denkt man dann, jetzt muss man offensiv werden, damit man den noch wegbekommt Und so Hm Das ist aber auch noch ausgerechnet einer wenige Oh, was? Das ist ja richtig beschissen Ah, dann nehme ich Oh, der Blackbeard Ach, schon wieder vergessen Ach, nein Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden Ihr sind hier schon Na, nicht zum Serverraum, oder? Ach, da Ah, der Raum Ah, ja, okay Der ist relativ gut, glaube ich, zum Angreifen Zumindest hatte ich da meistens Erfolg Ich habe gesehen, wie du reingeschwungen bist Ah, verdammt Ich habe mich trotzdem gesehen Zehn Sekunden bis Einsatz Noch fünf Sekunden Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und die Oh, ja Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig rum Es gibt eine richtig gute Seite, wovon man angreifen kann Hier wäre die Hier wäre die einfache Oder die schlechte Seite Da ist das Hier, hier, hier Hier, aber wir gehen nicht so rein Das ist selbst Oh, ja, auf keinen Fall sind wir ein Kanon-Zucker Die Feinde draußen Ich wurde entdeckt Hups Ja, dann sollten wir nochmal ein Stückchen laufen Hier ist kein weiteres Fenster Dann gehen wir einfach oben rein Wir gehen durch den zweiten Stock Oder ein erster Stock ist er eigentlich Gleich hin, den Rücken frei Wurde entdeckt, hier ist eine Kamera Danke Noch mal entdeckt Unten ist noch eine Kamera, die auch an der Ecke ist Ich bin jetzt bereits unten, also Ja, ich komme mit Man, wie schlecht ziehe ich denn? Scheiße Wie viele F hast du noch? 14 Ei, ei, ei Wir haben eine Drohne Hier ist ein Kapkan-Draht Unten ist einer runtergekommen, Tommy Nein Der ist genau rechts von dir Ich habe mich nur gekillt, Tommy Achso, Jod, hatte ich nicht gesehen Dann ist jetzt nur noch einer Ich glaube, der ist im Raum Da ist gar keiner drin Anscheinend Unser Kumpel ist reingegangen Sehr schön Nice Oh, Alter Na gut gezielt So einer kurzen Zeit Ja, Gigi Zeig dazu nur So, ich würde sagen Das war es dann mal wieder mit einer Runde Rainbow Six Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder Also haut raus, bis der nütz Tschüss Tschüss Tschüss